Der Homo erectus, der aufgerichtete Mensch, hat sich gesetzt. Er ist zum Stuhlwesen geworden. Durchschnittlich verbringt er im Sitzen neuneinhalb Stunden und bewegt sich sechseinhalb Stunden. Im letzten Drittel des Tages muss sich sein Organismus vom Sitzen erholen, im Liegen. Sitzen, eine zweimalige Abknickung des Körpers mit aufgerichtetem Oberkörper und Verteilung des Körpergewichts auf dem Gesäß. Eine wache Ruhehaltung des gesamten Körpers. Aber auch nur eine von über 1000 verschiedenen Sitz- und Ruhehaltungen, die es bei den Völkern dieser Welt gibt. Der Mensch ist nicht zum Sitzen geschaffen. Deshalb muss der Sitz für ihn geschaffen werden. Denn er will im Sitzen allerhand unterschiedliches tun. Dösen, essen, schlafen, gucken. Er will arbeiten und reden, fahren und fliegen, regieren und entspannen. Die ersten, die schon vor 150 Jahren im Zuge der Industrialisierung Sitzmöbel für den massenweisen Bedarf in der Gastronomie und in Privathaushalten hergestellt haben, waren die Brüder Tonnet. Der Konsumstuhl Nummer 14, hergestellt in einer neuen industriellen Fertigungstechnik, mit der preiswertes Buchenholz gebogen wurde. Zwei Ringe, zwei Stäbe, zwei Bögen, dazu zehn Schrauben und zwei Muttern. Einfache Form, klar gegliederte Flächen und sparsame Ornamentik. Leicht zu verschicken, Montage durch den Händler. Neue Funktionen und Sitzobjekte entstehen durch die Verbindung von Kunststoffen, zum Beispiel mit Schichtholz oder mit textilem Gewirk. Was in den 70er Jahren als Befreiung von der Form, von vorgegebenen Formvorstellungen begonnen hat, entwickelt sich in den letzten Jahren zu einer Auflösung der Form. Der Droh-Rag-Chair von Tejo Remi wird aus alten Kleidern zu einem gemütlichen Sessel voller Erinnerungen zusammengeschnürt. Das brasilianische Design-Duo Estudio Campana gestaltete Sessel aus Baumwollfäden, Recycling-Materialien wie Stofftieren und Kunststoffschläuchen. Für den Favela-Stuhl verwenden sie Holzreste, deren Anordnung mehr oder weniger zufällig ist. Aus lasergeschnittenen und lackiertem Stahlblech schafft der niederländische Designer Todd Bontje einen kleinen besitzbaren Garten. Lasergeschnitten ist auch der Sessel Very Round von Louise Campbell, eine ornamentale Sitzskulptur aus 240 ineinander gesteckten Stahlkreisen. Ornamentale Strukturen und Materialminimalismus erhalten größere Aufmerksamkeit. Ein Metallgeflecht als Lehne und Sitzfläche zeichnet diesen Stuhl Chair One mit seinem massiven Betonsockel als Fuß aus. Konstantin Gritschitsch hat ihn 2003 für die Firma Magis entworfen. Eigentlich für öffentliche Plätze gedacht, wurde der über 30 Kilo schwere Stuhl auch für den privaten Gebrauch sehr beliebt. Obwohl das viele und bequeme Sitzen für den Menschen zunehmend zum Problem wird, gibt es immer mehr neue Entwürfe für Sitzmöbel. Beruhigend ist daran, dass unter ihnen viele sind, bei denen man feststellen kann, hier sitzt einmal nicht die Bequemlichkeit, hier sitzen Ideen vom Sitzen. Hier gibt es auch noch eine Entwürfe für die운데 Kroof, die Bequemlichkeit die Bequemlichkeit sind. Wir werden die Bequemlichkeit die Bequem Roberto kommen, hier unten auf der Seite gegebenenfalls. Wir werden jetzt nicht die Bequem die Bequem die Bequem die Bequem. Untertitelung des ZDF, 2020